So, let's go! Ich bin wieder am Grill. Wir haben wieder meine alte, bekannte Aufgabe. Cut! Ah! Bestellen. Achso, ne, macht... Rollen schon, okay, sehr schön. Dann hole ich die Sachen... Dann hole ich die Sachen drin. Wir wollen nicht darüber schieben. Dann hole ich mich. Dann hole ich hier und biessen. Dann hole ich die Sachen in die Kamera. Dann hole ich hier. Aber ich habe jetzt die Tannelle an, Der scheiß Kühlschranknerv, ne, jedesmal bleib ich mit der Hand dringen. Dann mach ich doch zu. Der geht ja nicht. Ja. So, die ersten Bestellen können aufgenommen werden. Ja, Bacon ist auch da. Hervorragend, ich brauch Bacon. Bacon! Drei Schießburger, ein Bacon, ein Hamburger. Dann, gut, zwei Bacon, drei Schießburger, Hamburger. Gut, ich denke mal, Burger wird genug da sein gerade. Wie viel Bacon bekommst denn so ein Burger? Cheeseburger? Einen. Burger, fertig, wunderbar. Noch ein Cheese, noch ein Hamburger und ein Bacon. Cheeseburger? Burger, check. Burger. Burger. Bacon cheese. Hamburger. Ich brauche 3 Bacon, 3 Bacon Cheese, 1 Hamburger Cheese. Ich bestelle neues Burgerfleisch. Ja, ich kümmere mich drum. Wir haben neues Burgerfleisch bestellt. Brotmüller auch. Das Burgerfleisch eben schnell rein. Ach, scheiße ist halt ein Brot gefallen. So ein Hamburger. Bacon Cheese. Hamburger. Hamburger. Hamburger auf den Weg, danke. Ich möchte ja nur mal erwähnt haben, mir ist noch nichts angebracht, Herr Daniel. Nein? Nein, aber ich komme hier auch nicht dazu, den Müll wegzuräumen. Ich brauche mal jemanden, der hier die Kartons wegräumt, die leer sind. Ich brauche 2 Bacon, Hamburger Cheeseburger, Cheeseburger. 2 Bacon. 2 Bacon, 2 Bacon. Einmal Bacon ist fertig. Einmal Bacon ist fertig. Teller bitte nicht übereinander stellen, das backt extrem rum. Hass das bitte. Teller nicht übereinander? Nein, lebeinander bitte. Auch beim Abwasch bitte. Okay. Okay, okay. Bacon Cheese. Hä? Ja, sieben will ich auch nicht haben. Das packt gerade irgendwas, naja. Meine Bacon sind leer, warum auch immer. Bacon... Fertig habe ich zweimal bestellt. Wir brauchen ganz, ganz dringend Burger... Burger Brot. Burger Brot, stelle ich auch mal direkt. Dringend, dringend eine Hamburger, eine Hamburger. 2 Bacon ist fertig. Dringend eine Hamburger. Okay. So hier, dann Nummer 1. Und Nummer 2. Hamburger ist fertig. Und nicht mit leeren Händen rausgehen, nimm einen leeren Karton mit. Ich kann nicht auf den Shop zugreifen, warum auch immer. Hä? Irgendwas... Die Bacon backen bei mir fest. Lull. Okay. Der leer? Der leer? Der leer? Nee. Ich hab keine Saub-Montella mehr, Leute. Ich brauche jetzt Bacon und 2 Cheese. Bacon und 2 Cheese. Scheiße. Leute, ich hab keine Saub-Montella mehr. Ja, ja, hier ist einer. Oh, ich komm grad nicht hinterher. Oh Gott. Bacon, Cheese, fertig. Scheiße. Jetzt. So. 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 So wie gesagt, der. Oh, Alter. Ah, der kann den Jau sehen. Sehr schön. Ja, noch ein Bacon, Cheese, Felix. Was ist unterwegs? Ey Leute, wollen wir uns zum Burgerladen selbstständig machen? Brötchen. 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 Nein und gar nicht. Äh, halb. Felix. Felix. Ich brauche 2 Cheeseburger nur. 2 ohne Bacon. So, was brauchen wir jetzt noch? Burgerbrot, was? Oder was war das? Burgerbrot ganz drin. Ich hab kein Burgerbrücken. Jetzt Burgerbrot. So, ich würde mal nochmal eine komplette Bestellung. 120 Dollar hat die gekostet. Oh, ich hab von jedem 2 Mal gebestellt. Oh, oh, oh. Von jedem 2 Mal. Das wird gleich viel. Okay, okay. Ach du Scheiße. Wir brauchen jetzt erst. Wir brauchen jetzt erst mal nichts mehr. Ja. Ich brauche immer noch Brötchen. Brötchen jetzt. Ja, ich such gerade die Brötchen. Die Körn habe ich hier. So. Ich hab Brötchen. Ich mach Brötchen. Brötchen. Brötchen sind im Ofen. Hier, der Karton kam weg. Brötchen. Brötchen sind fertig. Ja, bitte hinlegen. Danke. Hier ist neue Käse. Kann ich mehr loslassen? Einer muss... Jetzt geht's wieder. Hamburger. 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 Kiesburger. Auch der Karton hier ist fertig. Du brauchst Brötchen. Nein, stopp. Bacon Cheese. Stopp, 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 stopp. Brötchen steht hier doch irgendwo. Zwischen den ganzen. Ja. Ja, ich brauche hier aber Bröt. Digga. Ach so. Ja, ich... Das geht schnell. Oh je. Das war gerade richtig Stress. Aber es ist aber gut. Also es ist nichts angebrannt. Und wir haben alles abarbeiten können. Das war ein bisschen Stress. Das war gut, ey. Ja? Ja. Richtig gut. Eieiei.